Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich bin froh, ich bin froh. Pfff, 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 pfff. Did we go? Na, ich war jetzt fertig. Da war uns im Verdienst. Das Kind hat sich nicht gemacht. Ja, das ist okay. Oh, mein Gott. Pass auf deine Zähne auf. Neues Gerät. Das Ding heißt Arm Strength Power. Fangen wir an mit Stufe 5. Geht hier gar nicht. Von 4 auf 6. Erstmal 4. Wenn hier keiner aufpasst, willst du? Ich berechne jetzt einfach hier oben über die Stufe 6. Puh. Gott ist das Ding eklig. Ganz eklig das Ding. Stufe 8. Weil es halt einen gleichmäßigen Druck hat. Ja. Pause. Probier mal 10. Probier mal 10. Ganz eklig. Da geht mir Stufe 20. Ich weiß nicht, was der Quatsch soll. Machst du wieder einmal im Spiel? Ja. Was macht man halt? Guck mal wie weit war kommen. Ja, die Maße hier sieht man hier. Warte. Ich gehe kurz drauf. 34. 50. 65. 71. 7. Gucken wir mal, ob du bis 34 kommst. Ja. Easy. Jetzt wird es interessant. Ah, scheiße. Wir haben uns doch gar nicht geschafft. Gut, du kommst nicht alleine. Und den? Habt ihr die noch im Fest? Äh, heute nicht. So, komm jetzt. So, komm mal den jetzt hier. Warte. Komm mal jetzt. Ach nee. Na gut. Wie breit ist denn der rum? So, hier sind wir. Jetzt geht es schon los. Die ersten Finger reißen. Ja. So ist das nicht. Nein. Aber ich könnte sie dir geben, wenn du möchtest. Legen sie ab. Sonst ist es ungültig. Leider nein. Zu lange geschwenkt. Die sind gut, die sind dankbar. Bleib nicht. Geht's gar ab? Kannst du deine Kabel. So, komm mal jetzt. Ah. Oh. Oh. Oh, Gott. Wo ist das? Oh. 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 Oh, oh. 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 Daniel, halt mal drauf, oder du hier? Wie viel hat er jetzt hier? 50. 50, warte mal, ich muss mal anders mal laufen. Ich muss den Finger ein bisschen eintalken. Habe ich es mit dem, mit den beiden 50ern, habe ich doch den Farmers Rock gemacht. Weißt du, mit dem noch vom Dings, den da und den vom Kali. Das war eklig. Mit dem Finger? Mhm. Du kannst jetzt die Fresse halten, weil du sonst meine Autorität untergräbst, wenn du sagst, du bist damit gerannt. Gerannt nicht, bin gelaufen. Mit dem Mittelfinger? So, ja, so habe ich es rein. 50 Kilo. Einlauf statt Gleitgehl. Und hoch. Jawohl. Das sind jetzt wie viel mehr? 15. Ja, ist ja keine Steigerung. Das ist brutal. Pass auf, wenn du den hier rauskriegst, dann musst du mit nach Hause nehmen. Richtig. Und sag damit, fahr nachher. Alter, wenn dir Angst schwillt? Ja. Bist du Angst, Junge? Ja, na eben, deswegen ja. Hast du den da richtig tief reingesteckt? Ja. Mach das nicht, du kriegst den nicht mehr raus. Ich schlöre es dir. Alter, ich muss die noch amputieren, gell? Ich seh den schon feststecken in dem Ding. Nimm das Ding raus. Ich muss den Doppellift machen. Wieso kriegst du denn deine Finger da so easy? Soll ich mal nochmal da drauf? Wissen wir mal, wie die 70 schwer die sind. Schiss. Ja. Das wird mein Wettkampf. Auch das auf Raps. Also. 65. Ja. 66. Wissen wir mal gucken. Komm, es geht. Aua, aua, aua. Ah, je. Wieso kriegst du deine Finger da? Stromfinger. From Wittstock. Gut, wir versuchen einen Walk mit einem 65er und mit einem 50er Armbus mit einem Finger. Oh, was muss ich denn da funktionieren? Es geht einfach noch auf, was ich sowas mache. Musik tut. Musik 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 Exactly.